Immer mehr zivile Drohnen kommen auf den deutschen Markt. Parrot ist in diesem Bereich führend und stellte in Berlin sein neuestes Produkt, die Bebop 2, einem interessierten Publikum vor. Die Neuerungen und Besonderheiten gegenüber dem Vorgängermodell wurden mithilfe zahlreicher praktischer Beispielfilme anschaulich präsentiert. Beim anschließenden Probeflug konnte sich jeder ein Bild von der einfachen Steuerung und den hervorragenden Ergebnissen machen. Die Drohne ist ab sofort zu einem Preis ab 549 Euro erhältlich.